Ich habe vor kurzem einen Satz gehört, der mir sehr gut gefällt. Dieser Satz heißt, reich bist du, wenn es reicht. Wenn du also das Gefühl hast, genug zu haben, wenn da, wo du bist, genug ist. Das Adjektiv reich und reichen sind das gleiche oder miteinander verwandt. Reichen hat zwei Bedeutungen. Ich kann jemandem etwas erreichen, ich kann jemandem etwas geben und eben das intransitive Verb es reicht. Es reicht heißt, es ist genug. Es ist okay, so wie es ist. Und beides macht dich reich, wenn du jemandem etwas reichst, etwas gibst und wenn du zurücklehnen kannst und sagst, es reicht so. Ich bin gut genug, wie ich bin. Ich brauche nicht immer mehr zu haben. Das, was ich jetzt habe, das lässt mich reich sein. Es reicht. Nimm dir das doch mal vor, dem etwas nachzusinnieren und dich zu fragen, reicht es oder muss es wirklich immer mehr sein. Dies meine Einladung an dich.